all your own reiß dich zusammen alter Wird schon wieder... Wie hab ich's überleben? ... ... ... ... ... Gibt's da drin noch Lebensspecs? Scheiße, gibt's nicht mehr... Widerwertig was die machen Ohohoho Ohoho Sie starb von mich Ich benutze dich einfach als Schutzschild Super Lade nach Ohohoho Muss heilen Rollcoach, mitten rein Ohohoho Achtung Ich will das auch mal machen, verdammt Achtung Ohohohoho Ohohoho The shocking conclusion Was back I was go, my plan needs me Ohohohoho Ich geb dir Deckung Sorry, ich bin nicht Wiert Wierde 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 Das ist so doof, das ist wie so'n Tanz. Ja Jungs, das war's wohl für mich. I need to go. Wie du abspackst. Wie du einfach selber abspackst. Oh wow, jetzt ist der da. Was ist der da? Oh, es ist der da. Ich mag hier trotzdem rum, mir egal. Wie macht man den Push-to-Talk? C. Hey ho. Penis, Penis. Was geht? Na ja, wir nehmen gerade Left 4 Dead auf. Okay. Okay. We got him, Nefiosa. So, ich hab kein Bock mehr hier. What the fuck? Was? Okay. 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 There is no one left to be elected against me. No. Accept that bitch. Accept that fuck bitch. Rochelle lebt. Rochelle wird sich rächen. Rochelle wird sich rächen. Da war der Daniel. Gerade ist Daniel gefahren. Oh mein Gott. Dr. Nick mag das schon. So weiter. Pass auf dich auf, dann weiß ich nicht ob... Und durch, ich werde nicht, sollte ich vielleicht für mich aufgeben. Dr. Nick mag das schon. Hahahaha. Oh Patze, Patze. Mr. PeanutButter. Mr. PeanutButter. Er hat gesagt, er würde uns retten, aber er hat das nicht getan. Ah shit! Sprunder! Er nennt uns, er nennt uns seine Freunde. Aber er hat ein Mittel gegen die Zombies, weil sie greifen ihn nicht an. Sie greifen nur uns an. Aber er verrät es uns nicht. Oh mein Gott! arsch er ist gar nicht unser freund er belügt uns nur mr peter sind ja merkt ich habe auch wunderschönen fahrze ja merkt es ein fast tolles hier hat mir immer so viel spaß ich mag ja merkte ja merkte suggerieren einem wirklich man fühlt sich wie zu hause naja fünf von der punkte patze und wir sind zurück und mr peter wieso wieso hast du diese diese veranstaltung geschlossen wieso es gab ja kein grund diese war zombies gar kein grund mit der peter arschloch hat zumindest der peter hat mich enttäuscht tja das ist das leben daniel ja da kriegst du einen schokokuchen genau das ist nur eine sahne torte hier diese lok hat zwei augen ich würde so gerne mit dir fahren aber ich kann nicht einsteigen das ist auch ein problem bei dem neuen bollens eton ihr kennt ja die die fahrzeuge und die waren eigentlich immer ziemlich lustige sache aber in diesem mädchen gibt es keine fahrzeuge du musst quasi auf alle fahrenden untersätze verzichten was schon schwer traurig ist das muss man mal so ganz ehrlich sagen ich höre eine witch ich höre eine witch hat sie ist eine witch schon wieder ja ich höre eine ja ich höre eine wo ist die witch die sind wo draußen katana oh ich habe ja schon katana oh oh ich würde die witch anzünden aber es bringt wahrscheinlich nichts oh 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 i bring that ass ich will dich heim suchen wie die zombies uns oh 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 wo auch wie bist du wir sind waffen das ist sogar ober und über uns eh wieso kommen die nicht auf die zombies ah hey hee hee aber wo soll die denn sein Ich höre die ganze Zeit nur heulen, aber... Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu dir, soweit ich weiß. Hier ist ein Healpack. Ah, brauchst du aber nicht, dann heul nicht mal Coach. Achso, nee, Coach hat das schon genommen, um sich selbst zu verarzen. Ich weiß nicht, die Witch, die ist anscheinend, äh... Die, ich bin auf dem Dach, wo sie ist. Achso. Auf dem Dach. Es wird heiß! Ja, ich sehe sie. Ja, passt schon. Kann man an der vorbeigehen? Ja, man kann es versuchen, aber es ist ziemlich... Schämlich, das ist ziemlich blöd passiert. Dann werden wir sie eben töten. Ähm, Moment, komm, ich komme gerade zu dir. Ich bin auch unten. Ist der Weg jetzt hier. So, was haben wir denn hier, wo haben wir sie denn? Ach, da oben. Lade ihn ab! Hier geht's nicht weiter? Doch, hier geht's auch weiter. Was ist denn hier? Achso. Ist wahrscheinlich einer von diesen Spawnräumen. Ja, ja. Äh, yes. Da vorne haben wir die Wurzel allen Übels. Ganz vorsichtig. Nein, Dani, nicht mit dem Molotow. Wieso nicht? Shit! Shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Halt uns, halt uns! Ihr müsst uns heilen! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ihr Kacaufen! Weil du mit dem Molotow rumgeschossen hast, will ich sterben! Ach, laber du nicht! Jetzt heilt uns doch! Lass dich mal ansehen! Lass dich mal ansehen! Ach, Gott sei Dank! Los, hoch mit dir! Siehst du, alles ne Kontrolle, alles cool! Arsch! Wo, 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 wo! Ah, ich werde niemals sterben! Ah, ich muss hier mal Hilfe! Das heißt, jetzt wird's nicht wollen. Ah, ha, 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 ha! Helft mir! Leben ist einfach runtergesprungen, der hat irgendwie keinen Bock mehr auf uns. Ja, ja. Jetzt geht auf Packer und Euro. Mir geht's gut. als ob wir den Park gekauft hätten mit allen Faden äh 3 auf meiner Lottogewinnliste heimisch bitch oh, guck mal, es gibt hier sogar Rutscheln heimisch heimisch bitch Lelif weiter Lelif geht es mit zu dir ja, GG ahhh was soll der Scheiß, Lelif, heimisch ahhh, schnell, vor die Summys hochkommen ahhh, du Arsch du Wichser I sopped the Toad, I got my Medi-Pack Dreckiges Kameradenschwein Mieses ahhh 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 Warum, liebe Borderlands-Entwickler? Warum habt ihr so ne Scheiße da eingebaut? Jetzt benutzt wenigstens die Rutsche ahhh, Mann wiii 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 haaa nochmal wiii jimmy nochmal ja die Zombies kommen mit, ey hh 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 Die Mama hat nicht so Spaß gemacht! Daniels Verzuchhof ist gestorben, weil er gehuustet hat! Ja, weil ich gehuustet hab und von meinem Mitspieler erwartet wurde, weil der das Medipack für sich haben wollte, weil er ein blödes Arrogan des Arsch ist! Hey, das ist in meinem Leben, da Mama! Wo bin ich raus? Wenn der Medipack sich raus holen! Nein, das...